Moin Jungs, willkommen wieder zu einem erneuten Video auf diesem YouTube-Kanal. Und zwar habe ich in diesem Video den allerletzten Duo-Cashop zusammen mit Levox gespielt. Und das Ziel in diesem Video war es, um in die Top 50 zu kommen. Ob wir das Ganze wenigstens ansatzweise geschafft haben, werdet ihr in diesem Video sehen. Und da das jetzt auch der letzte Cup ist, möchte ich euch einmal mein Fazit zu dieser Season hier sagen. Wie ich das Ganze so empfunden habe, ob das Ganze jetzt gut oder alles scheiße ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Es hat wirklich stark angefangen, aber auch wirklich sehr, sehr stark nachgelassen. Also die Season ist wirklich sehr gut gestartet. Es gab nicht viele Abfuck-Items. Man konnte einfach ganz entspannt spielen. Es waren wieder mythische Waffen da. Es waren einfach viele neue Dinge drin. Bevor die Karte kacke war, beziehungsweise ist, in meinen Augen, konnte man dieses Game trotzdem spielen. Aber umso älter die Season wurde, umso schlimmer wurde es. Da wieder Epic wieder irgendwelche Kooperationen mit irgendwelchen Hafensängern macht. Und dann so Dinge wie 3D-Manöver reinbringt. Dann den Rank-Modus verkackt. Und dann auf einmal sind die Server-Compat-Scheiße. Also man muss sagen, es ist wirklich einfach schlecht geworden. Also mein Fazit ist, am Anfang war es super und am Ende absolut kacke. Könnt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Würde mich wirklich sehr interessieren, wie ihr das Ganze sehen. Auf jeden Fall, wie ihr es bemerkt habt, beziehungsweise auch in manchen Cup-Videos, ist mir der Spaß einfach immer mehr vergangen. Und ich hoffe, dass sich da in der nächsten Season noch einiges ändert. Und auf jeden Fall, um nichts mehr von mir zu verpassen, vergesst nicht, Jungs, lasst auf diesem YouTube-Kanal hier ein Abo da. So wie ein Like auf diesem Video für den Algorithmus. Und schreibt auch gerne meinen Twitch-Kanal aus, wo ich unter anderem auch wieder diesen Cup gestreamt habe. Link dazu ist in der Beschreibung. Um für den Support auf Max, der auf ganz anderen Ligen, tragt noch sehr gerne den Cradle-Kokar mehr im Itemshop ein. Und wenn ihr das macht, schickt mir ein Video auf Instagram, dann kann ich euch im nächsten Video einblenden. Und übrigens, das Ganze könnt ihr auch so oft machen, wie ihr wollt. Das heißt, ihr könnt immer wieder eingewendet werden. Aber jetzt will ich sagen, genug gelabert, viel Spaß mit diesem Video. Ich bin tot. Ich bin tot. Komm, komm, komm. Hier. Cool, Bob. Max Damage, dead. Du musst auf den Mate gehen. Nein, du lebst. Warte, ich töte ihn einfach. Oh nein, wow. Ja, wir müssen du. Ich glaube, wie du schon kommst. In der Zone. In der Zone genommen, genommen, genommen. Ich bin Pan. Ich hab ein Deer. Für dich. Ja, ich bin tot. Nimm. Nimm mich rein. Da ist der noch so. Mach schnell. Ja, er läuft durch, Digga. Ja, ja, ja. Fortnite-Tender. Wir gehen dreimal in der Runde fast an Zone, dead, digga. Und einmal gehe ich sogar dead. Das war so eine Kack-Runde, ne? Wirklich. Gar keine Chance gemacht. Komm. Jetzt quick fighten. Quick. Oder... Ach, scheiß auf. Nee, lass einfach weg. Alter, ja, ja, doch. Mach, mach. Wait, wait. Mir ist 15. Peace. 100. Cracked. Und noch was an mich? Fine. Dead. Der ist irgendwo nach hinten gegangen. Ja hier. Mach ihn weg, mach ihn weg. Ich nehm hier einen. Ja du musst mir helfen. Meine Box muss ihn holen. Das. Okay, muss kurz zielen. Kopf nicht dran. Ja mach mal. Alter. Hat der Metz? Hallo? Der Mund ist tot. Der zahlen wir uns auf, Digga. Nein. Ooooooh. 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 Ich kann... Hä? Mein Game ist einfach... Ich konnte nichts mehr drücken. Ich hab... Ja es hat nichts mehr gebaut. Nicht mehr resettet. Gar nichts mehr. Nice. Cool. Warum alleine? Levox Disconnect. So. Wir müssen jetzt erstmal wie Decks überleben. Nilpferd. Nilpferde lieben wir. Kombat. Ich hab die Pumpe. Wo ist der Wunder? Wo ist der Wunder? Hier zwei. Töten. Der ist oben noch. Ich hab... ich hab Bindert hier. Ich... 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 ich den Knitten. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ich hier den zweiten. Kann ich. Zett. Komm der Tuch. Ich hier den anderen Incentin. Ist der andere. Ist der andere. On me. Peace. Mäntel. Mäntel. Einzimmerwohnung. Zett. Einzimmerwohnung. Zett. Wumpump. Komme. Happy Finish. Nice. Bomb ihn, bomb ihn, bomb ihn. Oh mein Gott. Einzimmerwohnung. Oh mein Gott. Einzimmerwohnung. Oh mein Gott. Knall ihn, knall ihn. Meine Pumpe schießt nicht. Jaaaahhh. Jaaaah. Juu aaaahhh. Oh mein Gott. Aaaaaah. Antwohnung. Oh mein Gott. Broke aaaah. Wow. Haaaah. Oh mein Gott. Wow. Macht ein Löwenschrei. Die sind hier Ich bin draußen Ich bin draußen Du hast einen Bin tot Storm sickness Mann, ich hab Storm sickness, Digga Ey, wir werden jede Runde grieft Und es macht absolut keinen Spaß Und hinten leben wir 50 Mach das, mach das 100, 100 Ich replay's dir hier Ich mach den Panik Peace 1 Zimmerwohnung Mantle Oh mein Gott, das ist so geklatscht Mate minus 50 Das Ball auf dem Mate Quick Mantle Peace Dead Mantle Bin da In der 17 Totsteig sind die Mantle Mach kaputt Mach Crack Wollt du im Spiel 100 Einer dead Anderer 20 weiter Mate Muss kommen Ich komm Wo ist der Wird tot Man muss jetzt schnell machen Ich mach Bein AP Wo ist der Mantle Wollt du im Spiel Stay einfach Stay einfach Bro Ich Ich mag ihn dead Alles gut Ich hab ihn tot Schlecht bitte Bro Ab 1 Was kommt Was geht Komm Habt ihr Habt ihr Kommen Wir waren 3 Wir mussten Oh mein Gott Oh nein Die haben den Gold Von mir Left Side Warte Ich hab genau Der Hittet Von ihm So ein Lutschgesicht Digga Geh über uns Wir werden müde Geh raus Komm raus Schön Ey Ey Ich kann so In ihn jumpen Okay Ich hab ne müde Schöpum Ja Das ist gut Hier auf mich Ich bin da Hier ist ein Solo Ja Doch 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 Was schweben Wo ist der Wollt du schweben Left Nice Mandel Geh raus 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 Win 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 Komm Stehe kurz Da Flieg einfach left Zeit Flieg einfach left Zeit Und dann lass den Nächsten an Wie viele Maps hast du Hast du Biggie Oder so Ich hab ein Daft Wo Z Hier Aber nicht mein Kick Hier geht einer Nein Der Maki muss mich Raus Oh nein Du hast mich Schläfe Schöpum Schöpum Hinter dir White 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 Bei dir im Storm Katze Komm Katze Komm Katze Der Eine zu One Shot Der Typ Noch Ein Dead Komm Das war Der Sehr gut Sehr gut Sehr gut Ey Wir müssen schnell Wieder Hoch Komm Bis hier Komm her Bis hier Ja Bau 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 Der kommt hinter uns ran. Er ist den runter. Hab ihn pumped. Wo geht's auch hin? Zu uns. Er ist direkt an uns. Hier. Meldl. Chill. Wir verlieren dann sind wir Mäuse. Da liegt ein Stopper. Soll ich dafür gehen? Hier laufen wir. Das geht doch in. Ich flasche auch. Warte ich hol das ja. Ich baue rein. Ich baue rein. Die kommen aber. Ich hab noch einen Mäten. Wo du hier laufst dann? Wo das steht noch nicht. Die können wir jetzt schon fighten. Die haben nichts. Wenn die uns fighten dann flash. Die gehen rein oder? Warte ich hier. Ich halte dich. Haben wir ihn pumped? Der kommt von hinten. Der feist dich rein. Hier mit Nebel. Mit Nebel. Prop. 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 Mäts. 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 M Und dann hier auch auf die Steine drauf. Ich bin runtergepallen. Kannst du mich droppen? Ich bin hier 1 zu verpallen. Kannst du beharrt droppen? Mach keinen Sterber bitte, kommt. Alles. Perfekt, ja. Äh, ne. Hier ist niemand. Pass auf. Komm. Lasst euch full left halt. Da hinten ist ein Slasher. Boin, boin. Alter ist recht blindert. Komm, hier. Pass auf rechts. Könntest du das irgendwie aufgeben? Hier. Slash, slash, slash. Und hier. Full left. Oh mein Gott. Und dann da bei der Zip Line unten. Noch ein höher. Ja, wo bin ich? Ich bin tot. Wegen der Zip Line. Digga. Ey, auf meiner Karte liegt alles, Bo. Alles, Matt. Ich weiß es nicht. Du musst zu meiner Karte am besten. Auf meiner Karte liegt alles, Bro. Nimm Saft und dann geh dahin. Vertrau mir. Nimm Saft und geh dahin. Da liegt alles, Bro. Cap Mets und sowas. Ja. Und noch mehr Safte, glaube ich, oder? Ne. Geh einfach rein, jetzt. Perfekt, jetzt hast du alles. Du musst da weg. Du. Das ist mir auch passiert. Deswegen bin ich gestorben. Geh da weg. Geh da weg. Geh da weg. Äh. Da willst du fahren. Das geht nach rechts. Geh einfach. Outzone, ja. Schön. Jo. Noch ein Hof. Geh da weg. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ja. Auf den der musste bleiben, Bro. Der der ist es. Hier. Ja, hier. Ja. Du hast ja nicht mehr so viel Mets, ne? Ich glaub da nicht so lange. Geh oben rum. Schön. Guck mal gut. Geh da dir. Alles gut, du hast noch Mets. Der Leia ist fein. Aber du musst. Ich würd mit. Ja. Kannst du gucken? Aber der ist ein Du. Stop runter. Alter. 170 Mets nur noch. Du musst ihn falten. Vielleicht sogar. Mal schauen. Top. Lag alles. Top low run. Top low run. Oder. Nice. Fein. Oh. Alles so los, ne? Gewesen. Das sollte auch so ein Lagen gewesen bei mir. Nur Top 4, Digga. Top. Dann lass die uns nicht falten. Ja, komm. Okay, jetzt schon. Die sind über uns. Die sind durchleicht. Und da sind Platz. White. Ach, nicht weit. Kann ich bauen? Ich bin grad bei denen, ne? Pam, pam, pam. Keine Mets. Flieg so weit hinten durch, wie es geht. Das wäre ganz gut. Hinter den Bäumen auch. Das ist wichtig. Also nicht vor. So dass die sich nicht beamen können, weißt? Das ist Fakt. Wegen dem Team. Kommen wir so zwischen diese Bäume. Ja, endlich. 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 Bis fallen? Nö. Gar nicht. Dann zu mir kommst. Nein, ich bin tot, warum du nicht kommst. Ich bin mehr tot. Ja, bin tot. Nein. Ach, noch. Weil ich nicht dagegen bauen kann halt. Das ist so dumm, ne? Ich glaube ich. Ich bin eingebaut. Ich wusste es so doll, ne? Weil wir nicht zusammen geflogen sind. Und nicht zusammen auf einen Spot gedoppt sind. Sag Ben, ne? Sag Ben. Sag Ben. Sag Ben. Sag Ben, hab hablaito. Sag Ben. Sag Sag, ja, jetzt. Sag Buch Tyl. Sag Miguel, sag Ben. Sag bang. Sag Ben undwie muss ichД laps. Sag Bay? Sag viel Guto. Sag Ben. Sag ich bin ausgerehan. Du hier machst es? Se 바� Sig. Und hier 세�ной manos trois alignmentgam. Okay, jetzt lauf wieder links rum. Schön. Nice, du Blanks. Okay, los. Schön. Und durch. Uh oh. Alles gut. Du bist jetzt in. Baut dich an. Ja. 118 Mets du brauchst. Refresh und Bonne Korn. Weil du hast nur Hals. Du bist übersearched. Aber. Selda noch. Sehr kurz in. Unter dir ist ein Solo. Den musst du holen. Ja, den. Sehr schön. Und jetzt lauf. Habe ich alles? Jaja, du hast alles. Aber wir hatten nur das Hyphen. Nice. Du kannst nur noch später insonsten. Also. Insofern machst du einfach so ein Play. Weil du hast hier. Zack, Ben. Jaja, sag ich. Doch. Ja. Mal einfach mal. Du hast keine Mets. Probier gleich den von hinten dann zu pumpen. Ja. Holen, holen. Du musst die auch. Nein. Nein. Digga. Ich war so stark in den. Ja, das ist so dumm, ne. Digga. Ich wusste. Also. Du hättest. Das ist halt kacke. Weil hättest du in Gold wärst du auch tot. Bei dem Haus. Und. Landtu da unten einfach. Oh. 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 Ein AP. Oh. Nice bro. Ja, dass sie wieder eine Red Dot kriegen. Ey. Warum ist das jedes Mal so? Das war schon bei mir im Solo. Schießen ab. Das ist weit. Hm. Wie schwer ist das? Siehste. Er läuft da. Er läuft da. Er läuft da. Ja. Komm. Ah, ich hab, ach so, ich hab Ding, okay, ist gut, ist weg, ist, ich kann nicht, Buchen wir so einen Server, der hat keine Waffe, der hat keine Waffe, wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er, da ist rüber gegangen, chill, hier, hier, nimm den Tag, nimm den Tag, aber pass auf, ich hab hier offen, wir haben den Red Dot, pass auf, ich geh auf den Mate, Oh nein, der andere ist auf mich, Digga. Nein. Nein, nein. Du halt einen. Ey, fuck, Mann. Ich dachte, er wäre unten bei den Splashern, Digga. Er war bei mir, beide. Boah, du musst die falten. Die haben jetzt Stopp-Anser. Scheiß drauf. Schön. Warte. Ist noch nix. Ich will eigentlich nicht unten hinladen. Hör mal mit. Jetzt haben wir ein bisschen Space, jetzt müssen wir gucken. Aber, drrrr, drrrr. Hat die denn gut? Den Schaden? Ja, nice. Hedet alles durch. Mal wieder, Alter. Heute kann man wieder nicht dagegen bauen. Boah, wir müssen dagegen, wir müssen... Warte, mal weg da. Mal weg. Darunter, darunter. 60, ich konnte schon. Nice, nice. Der trade-off. Hier ist ein Line. Wir können zurück, wir können zurück. Komm, erst mal. Du musst da raus. Boah, du musst da raus. Boah, aus, boah, aus. Boah, sind wir tot. Wir sind 100% tot. Kann nicht, du hast nur Zip-Line. Okay, komm zu mir, komm zu mir. Komm. Ah, nice, boah. 100, 150 oder so. Boah, was haben wir alles? Ich hab noch... Wir müssen das jetzt nur kurz überlegen. Ja, ich brauch Trank. Glaub mal. Ja. Oh, hattest du noch einen Trank. Okay, wir müssen gleich mich verschollen. Wie viele Mets hast du? 200. Wir sind komplett auf der Zip-Line. Lass vorne und von unten, oder? Ja, gleich. Warte. Lass uns warten. Den gehen einfach beide nach vorne. Okay. Okay. Hä, ich bin. Ich bin auch... Ach, Digga. Geh, 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 geh. Ich kann wieder nicht runter. Ich kann nicht runter. Hä? Was passiert hier? Komm zu mir, komm zu mir. Ja, ich komm. Bruder, ich werd... Was, was, was ist denn das? Wannst du einen weiter? Komm. Ey, Omi, die fighten. Der Noc. Box. Dead, dead. Omi, 2 dead. Boah, bitte komm. Ach so, du bist das. Ja. Der, 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 der. Geh weg, der, geh weg. Geh weg, geh weg. Hast du den Lied? Ja, ja, ich hab Blut, ich hab Blut. Gleich Blut. Komm hier raus. Nein. Ich hab Rotation, Ding. Ja, okay, komm, aber wir müssen hier trotzdem durch. Hier, Ding, es kommt an. Okay, jetzt gleich können wir ODM. Das ist jetzt gleich nicht. Ja, ja, ja. Okay, dann lass oben raus einfach, wenn du nicht fangen willst. Bis bald. Lass der Head und landen hier an dieses Ding einbauen. In mir drin. Bruder, ich da runter. Ich, ich bin da. Hab gerettet. Pack an. Chill, chill, chill. Ich muss healen. Wir müssen gleich wieder zusammen. Chill, chill, chill deine Nuggets. Boah, das ist mir beendet, bro. Ich bin zu, ist ja. Bei dir, bei dir. Ich bin der Head. Ich bin der Gang. Der, ich hab grad gar nichts. Kannst du nicht mehr zu mir kommen? Der Head. Boah, was ist denn das? Das ist in die Lenk. Ich hab ein Flash. Ja, vielleicht, vielleicht. Hast du ein Mads? Ein 350. Okay, ich hab auch noch 450, aber nur Wood. Aber ein Wood, ja. Lass dich drüber einfach, komm. Dann einfach full links und dann Dogger und Head. Kannst du mir? Kannst du doppen? Ja, bin da. Okay, gut. Du hast einen guten Leia, komm. Hier. Ich hab über uns, oder? Wir haben noch As-Güttel. Doch. Set. Wum, pum, Wum, pum. Ander on me. Ja. Mantle. Ja. 50, jo. Ich, wow. Oh mein Gott. Ich bin no builds, oder so? Wum, pum, pum, pum. Digga, Mann, ich wusste, wo die Zone hingeht. Oh, ich auch nicht. Ich bin halt genau... Ander nis Sarkim, Digga. Ey, 3, 3, 3 Punkte, Bro. Ey, leck löten, Digga. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.